Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Kolmogorcev und ich präsentiere Ihnen das heutige Webinar der Performance Suite. BI-Entwickler und Entwicklerinnen müssen häufig sehr komplexe Anforderungen umsetzen, das Ganze am besten auch so schnell wie möglich, was sich dann häufig in Deadlines ausdrückt. Selten bleibt da Zeit, vorab Analysen durchzuführen, um zu überprüfen, ob es eventuell bereits Objekte im System gibt, die man als Vorlage clever wiederverwenden kann. Das heißt, dass man nicht von Null beginnen muss. Das wäre natürlich der vernünftigste und auch zeiteffizienteste Weg, aber die Standardmittel der SAP machen uns wie so oft leider einen Strich durch die Rechnung, denn die manuelle Analyse vorhandener Objekte dauert leider sehr, sehr lang. Deswegen etabliert sich leider ein bequemerer Weg, sprich man legt Objekte komplett neu an, obwohl eventuell ähnliche Objekte im System bereits existieren. In diesen vorhandenen Objekten steckt jedoch bereits ganz viel Wissen und auch konzeptionelle und designtechnische Entscheidungen wurden bereits getroffen in der Vergangenheit, aber trotzdem geht man diesen Weg erneut, weil dieser Weg auf den ersten Blick effizienter erscheint und schneller. Gleichzeitig nimmt man auch keine Rücksicht auf Redundanzen oder Duplikate. In diesem Webinar möchte ich Ihnen mit ein paar Funktionen des System Scouts zeigen, wie Sie die Systemanalysen automatisieren können und dadurch auch in kürzester Zeit notwendige Informationen erhalten, mit deren Hilfe Sie wiederum Anforderungen effizient und gewissenhaft umsetzen können. Wie ist das Webinar aufgebaut? Nun, ich starte zunächst damit, dass ich das bereits skizzierte Problem etwas genauer beleuchte mit Hilfe eines Use Cases. Im zweiten Teil möchte ich dann detaillierter auf die Herausforderungen gewissenhafter Entwicklung eingehen und im letzten Teil zeige ich Ihnen dann noch in der Live-Demo, inwiefern Sie diese Herausforderungen mit unserem Tool, dem System Scout, zeiteffizient lösen können. Und zu guter Letzt erhalten Sie am Ende noch ein paar spannende Informationen hinsichtlich des Testens beispielsweise und weiterer Webinare. Gut, legen wir los mit dem Problem und der Ausgangslage dieses Webinars. Die Ausgangslage heißt wie folgt Entwicklung neuer Query durch neuen Entwickler. Dafür muss ich Ihnen zunächst den Use Case vorstellen und auch die Rahmenbedingungen. Das heißt, Sie sehen auf dieser Folie drei Mitarbeitende eines Pharmaunternehmens, die auch SAP BW im Einsatz haben. In der Mitte haben wir Conny und sie ist vor allem zuständig für das Einkaufscontrolling-Datenmodell und arbeitet als BI-Projektleiterin. Links sehen wir Martin. Er arbeitet im Einkaufsfachbereich und kümmert sich primär um das fachliche Reporting und Analysen, die auf diesem besagten Datenmodell basieren. Martin benötigt nun eine neue Query für sein Reporting, in diesem Fall eine Übersicht der gesamten Kostenstellen. Unter Berücksichtigung der fachlichen Anforderungen von Martin erstellt Conny eine Setcard, in welcher die technischen Anforderungen definiert sind. Diese Setcard ist im Endeffekt nur ein Excel-File und sie hängt dieses File an einen Jira-Task und beauftragt die dritte Person im Bunde, nämlich Nico. Nico ist ein BW-Entwickler und er ist neu im Unternehmen. Das ist seine Chance, erstmals mit seinen Fähigkeiten zu glänzen, indem er die Aufgabe schnell, gewissenhaft, aber auch effizient umsetzt. Auf welches Problem stößt Nico nun, wenn er genau den Task genauso umsetzen möchte, sprich gewissenhaft, sorgfältig, aber auch nicht zu lange dafür braucht und nicht den zeitlichen Rahmen sprengt? Nun, hier kommen wir genau zu dem Dilemma, welches ich nun beschreiben möchte, nämlich, dass wenn man gewissenhaft in SAP arbeitet, leider ein sehr hoher Zeitaufwand entsteht. Denn beide Ansätze stehen sich leider konträr gegenüber. Wir haben den ersten Ansatz, das gewissenhafte Arbeiten. Das heißt, in dem Fall würde Nico, bevor er loslegt mit der Implementierung, analysieren, welche Queries existieren eigentlich bereits auf meinem Datenmodell? Welche dieser Queries sind so ähnlich zu den Anforderungen, dass ich sie vielleicht wiederverwenden kann als Vorlage für die neue Querie? Das Ganze ist gewissenhaft, weil er Bestehendes wiederverwendet und die Arbeit nicht erneut durchführen muss an manchen Stellen. Bei den Variablen ist es eventuell sinnvoll, sie wiederzuverwenden und keine weiteren Duplikate anzulegen, wodurch dann Redundanzen im System entstehen und das System weiter zugemüllt wird. Dieser Ansatz hört sich in der Theorie perfekt an. Die Realität sieht leider wie so oft anders aus, weil die besagten Analysen mit den SAP-Standardmitteln viel zu zeitintensiv sind. Der Nico müsste an der Stelle jede Querie einzeln durchgehen, das Einkaufs-Datenmodell, er müsste überprüfen, ob sie den Anforderungen der Setcard entsprechen. Und auch bei den Variablen müsste er natürlich nochmal checken, ob sie ähnliche Einstellungen oder Eigenschaften besitzen. All das sind Gründe, warum sich die meisten für den zweiten Ansatz entscheiden, nämlich Quick and Dirty. Man spart die aufwendigen manuellen Analysen und kann schnell abliefern und den Task sehr schnell vollenden. Gleichzeitig ignoriert man leider Entwicklungsstandards, sie werden missachtet, eventuell werden Duplikate im System angelegt. Und ein weiterer wichtiger Punkt, Quick ist nur in Anführungszeichen. Denn auf den ersten Blick wirkt das Ganze wirklich Quick, aber das trügt. Nur leider, weil das volle Potenzial der Wiederverwendbarkeit nicht genutzt wird. Es ist wirklich nur Quick verglichen mit dem ersten Ansatz, sprich wenn man keine extra Tools hat und nur die SAP-Standardmittel nutzt, um die Analysen durchzuführen. Es ist aber ganz und gar nicht Quick, wenn man es mit der dritten Lösung vergleicht, die ich Ihnen jetzt als nächstes präsentieren möchte, nämlich wenn Sie mit dem System Scout arbeiten. Denn in diesem Ansatz können Sie dieses Dilemma lösen. Sie können die Analysen sehr, sehr schnell mit dem System Scout durchführen und diese Erkenntnisse nutzen, um anschließend in SAP die Anforderungen umzusetzen. Wie die Lösungen genau aussehen im Detail, das möchte ich Ihnen in der Live-Demo zeigen. Und dafür öffne ich erstmal den Jira-Task. So, hier sehen wir nochmal die genaue Definition. Das heißt, Nico muss eine Query erstellen mit der Beschreibung Cost-Center-Query, basierend auf diesem Composite-Provider. Und das ist der Name der Query mit 21, das ist der Suffix und das ist, wie gesagt, die Beschreibung. Hier ist auch die Setcard zu sehen, die ich auch hier unten schon bereits geöffnet habe. Das heißt, wir sehen hier nochmal die Query, ein paar allgemeine Informationen, Infos bezüglich der Variablen. Es sollen drei Variablen erstellt werden bzw. verwendet werden. Wir sehen vier Kennzahlen, die verwendet werden sollen, drei Merkmale, die jeweils in Column und Row verwendet werden sollen und auch ein paar freie Merkmale, wie hier zu sehen ist. Würde er jetzt den ersten Ansatz gehen, das heißt, er möchte gewissenhaft entwickeln, dann würde er an der Stelle jetzt erstmal Eclipse öffnen und müsste sich jetzt durcharbeiten. Das heißt, wir sehen, dass es einige Queries hier gibt, die auf diesem Datenmodell basieren, was ja nicht unüblich ist und er müsste an der Stelle die einzelnen Queries öffnen und erstmal warten und dann könnte er gucken, wie sieht es aus mit den Filtern. Okay, da haben wir schon mal vier Variablen, das passt nicht so ganz. Wir haben auch, was die in der Datenblattdefinition, zu viele Kennzahlen, wie man hier sieht, die genutzt werden. CostCenter wird zwar in den Zeilen eingesetzt, aber wir haben hier auch zu viele freie Merkmale. Das heißt, wir klicken auf die nächste Query, die wir öffnen und erstmal kurz warten und dann gucken wir hier nach. Hier haben wir in den Filtern zu wenige Variablen. Wir haben auch an der Stelle zu wenig Kennzahlen und auch zu wenige freie Merkmale. Sie sehen, obwohl dieses Beispiel sehr simpel ist, die Query ist ja nicht, das ist ja nicht wirklich schwer, was hier gemacht werden muss, dauert es sehr, sehr lange, bis Sie wirklich eine Query finden und da lohnt es sich fast gar nicht, diese Analysen durchzuführen. Wenn die Anforderung noch komplexer ist und wenn Sie noch mehr Queries hier haben, die auf dem Composite Provider basieren, dann wird das Ganze noch viel, viel länger dauern und dann werden sich die Analysen noch weniger lohnen tatsächlich. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt die Lösung mit dem System Scout zeigen, die ich bereits angesprochen habe. Dafür öffne ich den System Scout und wie Sie sehen, ich habe bereits eine Datenflussanalyse von dem jeweiligen Composite Provider durchgeführt. Nico ist ja ein neuer Mitarbeiter, das heißt, er hat noch keinen wirklichen Überblick hinsichtlich des Datenmodells und das ist natürlich eine ideale Chance, um erstmal reinzukommen und diesen Überblick zu erhalten. Sprich, Nico kann sich informieren, was passiert eigentlich unter dem Composite Provider, was für Part Provider sind hier involviert, was passiert in den Transformationen und was passiert über dem Composite Provider? Welche Queries werden verwendet, was für BO-Berichte oder SAC-Stories basieren wiederum auf den Queries? All das kann man nachschauen. Das ist sehr hilfreich für neue Mitarbeiter, aber es ist auch sehr hilfreich für erfahrene und langjährige Mitarbeiter, denn die SAP-Welt ist ja leider sehr komplex und die wechselseitigen Abhängigkeiten, das ist manchmal sehr schwer, sie wirklich alle zu überblicken. Genau, das heißt, jetzt müssen wir erstmal festlegen, welche dieser Queries kommt in Frage, als Vorlage wiederverwendet zu werden für die neue Query, die definiert ist in der Setcard. Dafür nutze ich eine Funktion, nämlich die Funktion Reporting Entities with Certain Info Objects. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, nachzuschauen, in welchen Reporting Elementen ein bestimmter Mix an ausgewählten Objekten verwendet wird. Bei diesen ausgewählten Objekten kann es sich entweder um Objekte des Typs Calculated Key Figures oder Restricted Key Figures handeln, es kann sich um Navigationsattribute handeln oder aber, wie in unserem Fall, um Merkmale oder Kennzahlen. Was kann ich nun machen? Ich öffne den Filter und ich schaue kurz in der Setcard nach, was für Kennzahlen wir denn so brauchen in der Query. Dafür kopiere ich die technischen Namen in den Multiline Filter und kann die jeweiligen Info Objects, die Merkmale in den Workspace ziehen. Das gleiche muss ich natürlich noch für die Kennzahlen machen. Dafür kopiere ich in dem Fall die Kennzahlen, die benötigt werden in der Query, öffne den Multiline Filter und auch hier werden die vier Objekte jeweils reingezogen. Okay, das heißt, wir haben nun die drei, die drei Merkmale und die vier Basiskennzahlen hier reingezogen. Das sind sieben Info Objects an der Zahl und ich kann jetzt die Analyse durchführen. Dafür klicke ich auf Execute und wir sehen jetzt, welche Queries diesen Mix an Info Objects verwenden. Ich könnte an der Stelle auch die Required Hits reduzieren. Das heißt, ich könnte sagen, zeige mir auch die Reporting Elemente an, die beispielsweise nur sechs der ausgewählten Info Objects nutzen. Das heißt, das kann auch reduziert werden, sodass mehr Elemente angezeigt werden. In diesem Fall sehen wir, dass vier Queries diesen Mix an Info Objects verwenden. Das heißt, die 01er, 02er, 03er und 04er Query. Und was ich jetzt machen möchte, ist eine qualitative Prüfung, denn mir reicht es ja nicht nur aus zu wissen, dass die Info Objects verwendet werden in diesen Queries, sondern ich möchte ja auch wissen, in welcher Form, in welcher Art werden sie verwendet in den Queries. Und dafür haben wir die zweite Funktion, die Sie nutzen können, nämlich Matrix of Usage. Was können Sie hier machen? Nun, Sie können zunächst einen Composite Provider auswählen beispielsweise, kann auch ein Multiprovider sein, ein ADSO. Und ich suche erstmal nach meinem Composite Provider, der hier relevant ist, nach diesem Datenmodell. Das ist er. Und wenn ich hier draufklicke, sehen wir erstmal die Queries, die auf dem Composite Provider basieren, eine ähnliche Ansicht, wie wir es in Eclipse und im Datenfluss bereits gesehen haben. Wir haben nun die Möglichkeit, für jedes Objekt eines Info Providers, in dem Fall des Composite Providers, sei es Info Objects, Navigationsattribute, Strukturen, wiederverwendbare Kennzahl, nachzuschauen, ob sie in der Query verwendet werden und vor allem, auf welche Weise sie verwendet werden. Das ist eine ideale Möglichkeit, um diese qualitative Analyse durchzuführen, die ich vorhin angesprochen habe. Ich wähle sie aus, denn für uns sind ja nur die vier ersten Queries interessant. Dafür wähle ich also jetzt die vier Queries aus, die wir in der vorherigen Analyse identifiziert haben und öffne die Analyse. Und dann sollten wir jetzt ein Excel-File sehen, nämlich dieses Excel-File. Und wir sehen in der Vertikalen erstmal in dieser Spalte sehen wir die gesamten verwendeten Elemente und Objekte des Info Providers, sprich die Merkmale und in dem Fall die Key Figures und Variablen. Und wir sehen in der Horizontalen die ausgewählten Queries, die wir auch vorab identifiziert haben als potenzielle Vorlage. Als potenzielle Vorlage. Genau, was können wir nun machen? Ich habe das Ganze mal noch mal etwas reduziert in einer besseren Ansicht. Das öffne ich auch noch mal ganz kurz, denn wir interessieren uns ja vor allem für die sieben Info-Objects. Dafür können wir mal ganz kurz gucken. Hier haben wir unsere Info-Objects, die relevant sind. Das sind die Queries. Und wir sehen beispielsweise, dass in unserem Fall vor allem Accounting-Overview ideal ist, um als Vorlage verwendet zu werden. Denn Nullfis-Pair und Nullfis-Kir werden in dem Fall auch wirklich als Columns verwendet, so wie hier beispielsweise definiert in der Setcard. Und auch die Kennzahlen werden in der richtigen Art und Weise bzw. in der richtigen Anzahl verwendet. Das heißt, das ist die Query, die wir als Vorlagenkandidat ausgewählt haben. Und bevor wir wirklich starten mit dem Kopieren, ist es noch mal sinnvoll, sich anzuschauen, wie die Query genau definiert ist. Dafür kann ich die Analyze-Compare-Funktion nutzen. Diese Funktion ist sowohl nutzbar im BW, aber auch im BO, S4 und HANA-Context. Das heißt, man kann sich den Aufbau, die Definition von Objekten anschauen. Das sehen wir jetzt auch hier. Ich kann noch einen Deep Dive machen und wirklich noch mal tiefer eintauchen in die Query. Und dort sehe ich auch schon beispielsweise, dass mir eine Variable fehlt. Denn ich muss ja hier auf Null-Cost-Center eine Variable definieren, die hier nicht vorhanden ist. Ich sehe auch, dass Null-Cost-Center aktuell in den freien Merkmalen ist. Das ist nicht richtig, denn Null-Cost-Center, wenn wir uns das noch mal ganz kurz hier anschauen, kurz runter gehen. Genau, soll ja in den Rows vorhanden sein. Genau, das ist nicht richtig. Und wir sehen auch, dass wir hier bei Material Group noch eine Einschränkung haben. 001. Auch das soll gar nicht der Fall sein. Wie wir beispielsweise hier sehen bei Material Group, da ist keine Einschränkung und keine Selektion. Okay, mit diesem Wissen im Gepäck kann ich jetzt die Query erstellen. Und das mache ich am besten, indem ich die besagte Query einfach kopiere. Sie müssen sogar nicht mal die Query auswählen und erst mal suchen. Ich könnte an der Stelle sogar die Funktion nutzen Open BWMT-Link in Eclipse. Das heißt, die Query könnte man sofort öffnen und man würde es sich sparen, sie zu suchen. In meinem Fall war ich halt schon auch in dem richtigen Bereich. Gut, das ist die Query. Die kopiere ich jetzt ganz einfach über einen Rechtsklick. Klicke ich auf Kopieren und benenne sie. Da muss ich ganz kurz nachschauen, was der Name war. Der Name war die 21 und die Beschreibung war ja Cost Center Overview. Das ist das, was unser Fachbereich benötigt. Ich klicke auf Finish und lege die Query nun basierend auf dieser identifizierten Query an. Gut, öffnen wir die Query und schauen wir nochmal nach, was wir verändern müssen. Wir wissen ja bereits, dass beispielsweise wir die Info-Objects hier in den Zeilen gar nicht brauchen. Dafür entferne ich sie ganz schnell. Wir wissen gleichzeitig auch, dass Cost Center in den Zeilen vorkommen muss und dass wir ein paar zu viele Kennzahlen hatten. Das habe ich auch vorher noch gesehen. Das brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur diese Kennzahlen hier. Deswegen entferne ich die Kennzahlen und wir sind fertig mit der Datenblattdefinition. Das sieht alles schon sehr gut aus. Gehen wir jetzt in die Filter, denn hier gibt es auch noch ein paar Aufgaben, die wir umsetzen müssen, basierend auf der Setcard. Das heißt, zunächst einmal die Einschränkung, die ich vorhin erwähnt habe, die brauchen wir nicht, die entfernen wir. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich die Variablen. Denn wie wir bereits gesagt haben, fehlt die Variable, die auf Cost Center basiert. Ich gehe mal ganz kurz auf Einschränken und dann gucken wir mal nach, was für Variablen bisher existieren. Wir sehen, wir haben hier einige Variablen und an der Stelle müssten wir jetzt überlegen, welche Variablen nutzen wir denn. Wenn wir hier mal kurz draufgehen, dann ist das jetzt die Zeile, die für uns relevant ist in der Spezifikation. Wir sehen, das muss auf Cost Center basieren und hier sind ein paar Einstellungen. Und ich kann natürlich jetzt alle Variablen durchgehen und gucken, ob sie wirklich den Einstellungen entsprechen. Aber das wird natürlich auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Und das ist auch hier wieder ein simples Beispiel. Wenn wir ein realistisches Beispiel nehmen würden mit noch mehr Variablen, dann würde es noch viel mehr Zeit beanspruchen und dementsprechend, das macht auch alles keinen Spaß, das alles hier abzugleichen. Das ist der Grund, warum sehr viele auch wirklich Variablen neu anlegen. Und von einem Kunden habe ich den Satz gehört, unsere Variablen vermehren sich häufig im Dunklen, denn man legt einfach eher neue Variablen an, anstatt sie alle durchzuchecken. Was können wir nun mit dem System Scout machen? Nun, wir können an der Stelle die Funktion Variables Analyzer öffnen. Das ist eine sehr hilfreiche Funktion, um sich einen Überblick hinsichtlich aller Variablen im System zu verschaffen und gleichzeitig zu checken, was für Einstellungen sie haben und was für Eigenschaften. Das heißt, ich kann vorab eine Einschränkung festlegen, in dem Fall Null-Cost-Center. Das ist ja das Merkmal, auf dem diese Variable basieren soll. Und nun kann ich mir alle Variablen listen. Wir sehen, wir haben neun Variablen, auch die, die wir vorhin in Eclipse gesehen haben. Und wir sehen auch einen zweiten Tab. Das ist der Tab Duplicates. Das heißt, an der Stelle kann ich checken, ob es eventuell in meinem System Variablen gibt, die identische Einstellungen haben. Das heißt, basierend darauf könnte man ein paar Housekeeping-Tasks noch ableiten und definieren. Und das ist natürlich jetzt nicht Thema des Webinars, aber nur als Hinweis, diese Möglichkeit besteht. Wir springen zurück in die Normal View und können jetzt ganz einfach die Einstellungen, die hier definiert sind, reinpasten in die Spalten. Das heißt, wir sehen Variable Type ist an der Stelle Characteristic Value. Wir können auch sagen, Processing By, das heißt Process Type, ist dieser Wert und fast zu guter Letzt Selection ist Multiple Single Value. Und wir sehen auch, dass die Variable Input Ready sein soll. Das heißt, hier ein Yes rein muss. Und das war's. Wir haben die Variable identifiziert, die wir wiederverwenden können, weil sie wirklich den Anforderungen entspricht der Set Card und der Spezifikation. Das heißt, ich kann jetzt zurückgehen. Ich kann nochmal auf Cost Center gehen, auf Einschränkungen und kann an der Stelle dann nochmal die Variable suchen, die für uns relevant ist. Das heißt, an der Stelle Set Cost C, kann sie reinziehen und auf OK klicken. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Anforderung, mit der Spezifikation. Wir haben alles umgesetzt und können einfach jetzt auf Speichern klicken und sind durch mit der Query. Das heißt, Nico hat wirklich gewissenhaft gearbeitet. Er hat Bestehendes entweder als Vorlage genutzt oder direkt wiederverwendet, wie im Fall der Variable. Ein wichtiger Hinweis, je komplexer die Anforderungen, desto mehr profitieren sie auch von diesen Funktionen, da die Zeitersparnisse dann auch viel, viel höher ist und die Erkenntnisse somit einen noch viel höheren Mehrwert haben. Zu guter Letzt noch der Hinweis, Nico könnte ganz einfach diese Query noch dokumentieren, wenn er beispielsweise ein Abnahmedokument erstellen möchte und dem Ticket noch anhängen möchte, damit Conny und Martin ganz einfach die Set Cut abgleichen können mit dem Abnahmedokument. Das ist noch eine Möglichkeit. Da können Sie den Doku-Performer nutzen. Der hat sehr viele Möglichkeiten, die Dokumentation zu automatisieren mit wenigen Klicks. Wenn Sie da dieses Thema interessant finden, dann kann ich Ihnen unser Webinar Effiziente Kooperationen bei BI-Projekten empfehlen. Das kommt gleich nochmal als kleiner Hinweis in diesem Webinar vor. Okay, kommen wir zurück zum Thema und vor allem zur Präsentation. Was haben wir gesehen? Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Nico konnte sich sehr schnell einen Überblick hinsichtlich des Datenmodells verschaffen, mithilfe der Datenflussanalyse. Das ist ein idealer Einstiegspunkt, um sich einen Überblick hinsichtlich der vorhandenen Objekte unterhalb des Composite-Providers zu verschaffen. Das heißt, man sieht die Transformation, die Part-Provider, aus welcher Data-Source kommt das Ganze, aber man sieht auch, was passiert über dem Composite-Provider. Was für Queries liegen darüber? Werden sie eventuell von Storys oder BO-Berichten konsumiert? Anschließend konnte er schnell mit zwei Funktionen die Query identifizieren, die perfekt als Vorlage für die zu entwickelnde Query dienen kann. Und dann hat Nico mit diesem Wissen im Gepäck die Vorlagequery kopiert und wusste durch die Analyze-Compare-Funktion ganz genau, welche Stellen er noch anpassen muss. An der Stelle beispielsweise die Einschränkung entfernen oder Cost-Center in die Row schieben, in die Zeile schieben und die anderen Elemente entfernen und die Variable hinzufügen. Bei dem Thema Variablen konnte er mit dem System-Scout schnell eine Variable finden, die den Anforderungen entspricht. Sprich, mit den gleichen Einstellungen und Eigenschaften, wie in den Anforderungen der Set-Cut definiert. Alles in allem lässt sich sagen, dass Nico die Entwicklungsstandards eingehalten hat. Das System bleibt also sauber und gleichzeitig durch den System-Scout sich schnelles Arbeiten und gewissenhaftes Arbeiten nicht mehr ausschließen. Nico hat mit diesem Tool also seine erste kleinere Aufgabe mit Bravour gemeistert. Und wenn er zukünftig weiter so gewissenhaft arbeitet und auch bei komplexeren Aufgaben und Anforderungen so schnell entwickelt, dann steht einer ersten Gehaltserhöhung sicherlich nichts im Wege. Okay, dann kommen wir nun zum Schluss. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Das sind die Verwandten-Webinare. Ich habe das Thema Dokumentation bereits angesprochen. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie ganz einfach dem Link folgen in der Beschreibung und sich das Webinar anschauen. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie effizient in BI-Projekten auch arbeiten können und wie automatisiert Dokumentationen erstellt werden können. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch auf unsere Testversion hinweisen. Sie können die Tools, die Sie gesehen haben, den System-Scout, aber auch den Doku-Performer für alle möglichen Konnektoren, wie beispielsweise BW, S4, RP, BO, HANA, SAC, komplett kostenfrei und unverbindlich testen. Wir können Ihnen auch eine Testanleitung zur Verfügung stellen. Sie können gleichzeitig auch noch individuelle Web-Sessions erhalten von uns und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns einfach anschreiben und kontaktieren oder auf unsere Webseite gehen, www.performersuite.de und dort eine Testanfrage anfordern. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, inwiefern Sie einerseits clever entwickeln können und gleichzeitig nicht den zeitlichen Rahmen sprengen, indem Sie diese erwähnten Analysen mit wenigen Klicks durchführen können, mithilfe des System-Scouts. Vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen. Auf Wiedersehen. Ciao. 59i-gell 1985 58i-gell 89i-gell 62i-gell 94i-rassungs- mol ethnicity 99 err